So meine Damen und Herren, wie eben schon gesehen, sind wir im Winterstahner Schwimmbad. Und neben mir steht Schwimmmeister Peter Liebau. Und der Mann muss hier nicht stehen, denn er ist eigentlich in Rente nach 40 Jahren. Und nun frage ich ihn mal, warum bei diesem Wetter nicht im Urlaub? Ja, also es ist folgendermaßen. Es ist nach wie vor, man hängt an dem Beruf und kann auch so einfach nicht loslassen. Und ich denke mal, damit habe ich das alles beantwortet schon. Und da fliegt man nicht einfach in Urlaub. Und somit das Wetter hier so bombastisch ist, mit 36 Grad, das Schwimmbad ist voll. Also man muss sich das mal vorstellen, das ist auch für diese Größenordnung Winterstein, muss ich wirklich sagen, toll. Also macht auch richtig Spaß. Und das ist ja alleine schon ein Grund, wo ich nicht so einfach loslassen kann. Nicht so einfach loslassen? Ich meine, ein 40-jähriger Schwimmmeister, welches Vorurteil ärgert auch nach 40 Jahren? Ja, Vorurteile nach so vielen Jahren. Es ist dieser Beruf, sage ich mal so, es wird faktisch die Sonnenseite gesehen und teilweise die Käste oder überhaupt, sage ich mal, wissen überhaupt nicht, um was es geht. Was für eine große Verantwortung man hat. Ja, man muss es wirklich sagen. Es darf eben einfach nichts passieren. Ja, und das ist die ganze Problematik. Und daher auch diese Vorurteile. Die meisten sehen die Sonnenseite und das andere möchte ich jetzt nicht erwähnen. Aber leider Gottes ist es so. Musste man Sie überreden, nach der Rente weiterzumachen, völlig unabhängig? Ich meine, ganz ehrlich, bei der Situation, beim Schwimmmeister, bei der Schwimmmeistersituation, so muss man es ja sagen, da könnten Sie es sich doch aussuchen, wo Sie hingehen. Ja gut, ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie welche Werbung machen. Ich wurde gefragt und habe natürlich sofort zugesagt. Ja, meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach so erwähnen kann. Das ist von der Firma Kaufmann, sage ich. Und wir kennen uns auch schon eine ewige Zeit. Und warum soll ich da Nein sagen? Die Firma Kaufmann, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, falls Sie es nicht wissen, betreibt das Bad, weil die Kommune es von alleine nicht betreiben kann. Deswegen ist es ja noch auf. Was macht, ich meine klein, aber fein, was macht aus Ihrer Sicht das Wintersteiner Bad aus? Ja gut, das Wintersteiner Bad macht insofern was aus. Also es wird sehr familiär gehalten. Und wenn ich das alle so mitbekomme, ob das jetzt Jurend oder Kinder ist, das ist sowas von diszipliniert hier. Also das habe ich so in meiner Laufbahn, in meiner ganzen Laufbahn noch nicht so erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Kann aber auch am Schwimmmeister liegen, oder? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Könnte, muss aber nicht. Ja, man muss natürlich verstehen, wie man mit den Leuten umgeht. Also das ist das A und O, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet. Wie viel Leben haben Sie denn retten müssen im Laufe von 40 Jahren? Mitgezählt? Ja, also Leben gerettet insofern nicht, aber reanimiert. Da bin ich schon in Situationen gekommen, wo ich sagen muss, fünfmal ist mir das passiert. Und nimmt man das mit nach Hause? Also nicht so, sage ich mal, nicht wirklich. Es sind auch teilweise dramatische Sachen gewesen, wo ich heute noch wirklich zu tun habe damit. Kommen wir mal zurück zum Thema Sommer. Wie viel muss man denn eigentlich berappen, um hier in Winterstern ins Bad gehen zu können? Ja, was heißt berappen? In Wintersteiner Bad zu gehen? Von Eintrittspreisen ist es einfach der blanke Wahnsinn. Ja, ich meine so, ich bin auch ganz ehrlich, auf der anderen Seite soll ein Schwimmbad erhalten werden. Aber ich sage am Ende, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, und man kann sich ja wirklich echt sehen lassen. Und wie viel zahlt man? Ja, ich darf jetzt nicht falsch sagen, warum. Ich bin seit Juli erst hier. Ich glaube, zwei Euro Erwachsene und ein Euro Kinder, oder? Ein Euro, ja, ein Euro 50 Kind, Entschuldigung. Ein Euro 50 pro Kind und zwei Euro pro Erwachsene. Zwei Euro? Ja, das ist ja günstig. Aber der Bürgermeister Michael Bricht, sie hat auch gesagt, dass er sehr froh ist, dass das Wintersteiner Freibad auch dank der Firma Kaufmann noch präsent ist. Sieht toll aus. Ich war viele Jahre nicht hier, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Und was sagen denn die Bürger zu Ihnen und die Leute, die reinkommen? Auch die Wintersteiner, freuen die sich, dass das Bad noch da ist? Ja, das auf jeden Fall. Also das höre ich tagtäglich, dass es auch dieses Jahr wieder eröffnet wurde. Und dass sie auch einen Schwimmeister haben. Also das ist nun mal so. Und ich werde tagtäglich konfrontiert damit. Das ist sehr schön. Und die kommen auch immer wieder gerne hierher. Ja, also das habe ich schon feststellen müssen. Also das ist super. Lieber, wann geht denn der Arbeitstag los? Mit einem Acht-Stunden-Tag ist es doch wirklich nicht getan, oder? Also Acht-Stunden-Tag, das hat es noch nie gegeben. Ja, also im Schnitt, wir fangen um zehn an. Jetzt gerade bei dieser Witterung ist man flexibel. Man lässt bis 20 Uhr auf. So danach, wie gesagt, Kleinigkeiten noch sauber machen und so weiter, kommt man vor 21 Uhr nicht nach Hause. Dann wünsche ich nachher einen schönen Nachhauseweg. Sie sehen ja, es ist relativ leer. Wenn du mal ein kurzes Panoramabild machst, damit die Leute sehen, wie toll es aussieht. Und dann beenden wir dieses Interview. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Nachtrag zum Interview eben. Stichwort Schwimmbad Winterstein. Neben mir der Ortsteilbürgermeister Fenter. Ich freue mich, dass er da ist. Tja, wie sieht es aus? Hat das hier Zukunft? Also erstmal ebenfalls danke. Ich freue mich auch, dass du da bist, Sie da sind, ihr da seid. Ob das Zukunft hat, muss der Stadtrat entscheiden. Das ist eine Entscheidung. Es geht am Ende des Tages ums Geld, wie immer. Wir brauchen diese Gelder für den Betrieb des Bades im Haushalt. Und der wird dann hoffentlich, also wir haben dieses Jahr, endet es, der Doppelhaus hat 18, 19. Und der neue, frisch gewählte Stadtrat muss sich dazu positionieren. Das klingt immer noch ein bisschen skeptisch. Gibt es keine einheilige Meinung? Das weiß ich nicht. Es gibt immer Meinungen. Und es gibt auch vor der Wahl die entsprechende Ansagen. Ob das aber nach der Wahl auch eingehalten wird, das werden wir jetzt sehen. Und da bin ich gespannt, ob die entsprechenden Parteienfraktionen ihre Zusagen einhalten. Aber Skeptiker, die meinen Gleisdreieck reicht, was halten Sie dem entgegen? Schauen Sie einfach mal um, schauen sich die Gästezahlen an und fragen Sie doch mal die Gäste von uns. Die sehen das ein bisschen anders. Freuen sich die Wintersteine, dass das Bad nach wie vor da ist? Ja, selbstverständlich. Nicht nur die Wintersteine, auch die angrenzenden Ortsteile. Das Bad ist ja im Grunde genommen das Bad des Emsetals plus Anrainer. Wir haben auch noch ein paar andere Gäste hier von ein bisschen weiter her. Solange die Elternteile ihre Kinder beispielsweise nicht sicher mit dem Fahrrad nach Wadershausen schicken können und da Wadershausen auch ein anderes Besucher, ein anderes Publikum, ein anderes Umfeld hat, ist Winterstein klar und deutlich der Favorit an der Stelle. Klare Worte vom Ortsteilbürgermeister. Das war es aus dem Wintersteiner Schwimmbad. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020